Hallo, 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 Emiro hier mit Final Fantasy. Ja, ich habe heute einmal wirklich komplett alles aufgenommen. Da dachte ich mir, eine Runde Final Fantasy darf da auch nicht fehlen. Also, wir sind stehen geblieben hier auf dem äußeren Kontinent. Auf der Suche nach einem Ziel. Ich weiß immer noch nicht, wo ich hin will. Ich werde einfach mal weiter hier lang gehen. Rackwurz, und ich weiß die Antworten nicht, deswegen kann ich nur wieder raten. Ich liebe ihn nicht. Ich hasse ihn eigentlich sogar. Also, Popquiz, Frage Nummer 2. Nooo, Chocobo Forest Located Between. Das ist wahr. Meine ich doch. Und? Korrekt, juhu! Du kriegst 1000 Kill. 100% korrekt. Wow, you're awesome! Ich weiß, ich bin so toll. Selbst Rackwurz stimmt mir zu. Yeah! Und ich müsste dafür doch eigentlich noch AP kriegen, oder? Keine AP? Keine AP, okay. Ich möchte jetzt nämlich gucken. Ich meine, Rügel da war was? Komm ich da überhaupt dran? Ah, nicht von hier. Sehr gut. Wo will ich hin? Da will ich hin. Oder komme ich von da? Ich glaube, ich komme von da. Ich bin im Kreis gelaufen? Ich bin im Kreis gelaufen. Okay, man muss aber sagen, ich habe eine Zeit gebraucht seit dem letzten Spielen. Und ich werde das Ganze mal ein wenig anders angehen. Queena, ich werde erstmal die neuen Skills präsentieren. Aqua Breath. So. Lilly nutzt einmal Scannen. Das hat gute Gründe. Bestellen erstmal. Und warten jetzt ab. Also. Ähm. Das Viech hat... Noch wie viel HP? Griffin Level 16. 1100. So. Was passiert? Aerial Time. Week Against Wind. Gut. Ich nutze einmal Thandara. Das ist aus gutem Grund. Nutzt Ära. Oh boy. Vivi. Bitte sag mir, Vivi lebt noch. Vivi lebt noch. Gut. Stole Ore. Oh, ist mir scheißegal. Thandara. Thandara macht... 703 Wanderst. Ich glaube, ich werde versuchen, ihn zu essen. Fail. Du attackierst einmal. Du heilst... Vivi. 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 Gut. White Wind. Jetzt heilt er sich, ne? Um... 490. Jetzt hat er wieder 500, 600, so um den Dreh. Versuch's mit nem normalen Donner. Und ess ihn dann nochmal. Mal. Jetzt greif ich auch nochmal an. Hau rein. Sache ist einfach, ich will ein paar Skills für Queena kriegen. Denn Queena ist nutzlos. So. Wie er oder sie jetzt ist. Ich möchte mich... Ja. Gut. Ich möchte mich in diesem Spiel nicht zu sehr auf Geschlechtertheorien einlassen. So. Doesn't have anything. Ja. Hätte mich... Eigentlich auch gewundert, wenn er noch was hätte. So. Was tust du? Wenn er denn jetzt nicht essen kann, dann hat er Pech gehabt. Dann ist er tot. Bam, 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 bam. Ich könnte mir ja gut vorstellen, dass ich White Wind lernen könnte über ihn. Nom, 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 nom. Jawoll, der Heilskill. Oh, baby. Queena kann heilen. Oh. Sehr schöne Sache. Sehr, sehr schöne Sache. Anders kann man das denn gerade nicht sagen. Queena kann heilen. Nachgucken. Use. White Wind. Ja. Heilt die komplette Gruppe. Ich werde nicht mehr. Hey, den hätte ich vielleicht reintun sollen. Oh, das tut so gut gerade. Das wird richtig, richtig nützlich. Und... Selbst wenn es das Einzige ist, was in diesem Video passiert ist, ist... Nein, hier gibt's was anderes. Ich bin also woanders. Und ich werde zwei Sekunden vorher angegriffen. Supi. Und wenn es wirklich das Einzige ist, was in diesem Video passiert ist. Ich nenne es einen Riesenerfolg, White Wind gelernt zu haben. Backattack. Hm. Hm. Axt auf Bibi. Autsch. Dafür stirbst du. Sowas von. Moment. Wie viel HP hat das Kerlchen? Bitte lass mich ihn fressen. Bitte lass mich ihn fressen. Learn Goblin Punch. Yeah, Baby. Queena ist drauf. Okay. Ich bin voll drin mit Fressen. Learn Goblin Punch. Ich weiß nicht, was Goblin Punch bringt. Hoffentlich ist es gut. So. Fragezeichen. Enter with X. So. Ich hab echt den nächsten Ort gefunden. Durch... Pures Glück. Eine alte Ruine. Kond... Kondepeti. Okay. Ja, kein Nebel, wie schon gesagt. Das ist ein seltsam geformtes Dorf. Vielleicht ein Tempel. Das hat eine leckere Form. Was? Ja, und selbst Emera sagt, vielleicht ein Mädchen, vielleicht ein Junge. Punkt, Punkt, Punkt. Ich weiß nicht, was Queena ist. Und was ist er denn? Welly ho! Welly ho! Was sind das für kleine Welly ho? Welly ho! Du kleine Orcs. Hey! Welly ho! Welly ho! Oh! Welly ho! Oh! Welly ho! Sacred... Ah! Das ist der heilige Gruß! Welly ho! Welly ho! Welly ho! Welly ho! Welly ho! Active Time Event. Vivi und das Pärchen. Vivi und das Pärchen. Hm! Die Leute hier sind gewiss unter... Seltsam. Komm her! Ah! Es tut mir leid! Ähm... Könntet ihr... Weg mit dir? Weg mit dir, Weib! Ey! Aber irgendwie haben die Frauen hier so... Äh... Das Wort. Die haben keine Angst vor Vivi. Das ist schön. Okay. Sie haben hier nicht viele Leute von außerhalb. Active Time Event. Queena beschuldigt. Was ist mit Queena los? Welly ho! Hat das Dorf etwas Leckeres zu essen? Ähm... Yummy 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 yummy. Okay. Ähm... Oh, Queena. Queena, nein! Queena, lauuf! Du bist kein Dieb. Genau. Wo bin ich denn hier? Ich suche jetzt erstmal Vivi. Active Time Event. Queena kann nicht kommunizieren. Supi. Oh, Queena-Rezepte austauschen. Queena ist kein Dieb! Queena ist kein Dieb. Da ist... Da ist... Uh... Na nu, wer war das denn? Okay, wo sind wir? Ähm... Äh... Was mache ich jetzt? Oh, ich übernachte. Oh, gut. Erstmal schön heilen, MP auffüllen und all das Getöse. Und... Sie freuen sich, wenn ich zurückkomme. Falls ich zurückkomme, mitbringt das Wasser. Okay, im Süden gibt es also eine Quelle. Wenn ich da fast eine Münze reinwerfe, werde ich auf ewig glücklich sein. Das klingt ein wenig unwahrscheinlich. Aber okay, okay. Da komme ich dahin. Jetzt muss ich mir erstmal diesen krassen Dorf hier zurechtfinden. Ich möchte auf jeden Fall... Patrepsz kindern. Was danke. Überlegen wir noch ein Zeit. Oder? Ihr sch figuravil 않았ылj Ryzen?